die aufnahme läuft hoffentlich also dann auch noch mal auf youtube herzlich willkommen zur ersten folge von sepphorrest son of sepphorrest aber ich muss mich noch dran gewöhnen ja ich würde einfach gar nicht viel reden und zwar sofort auf start drücken let's go mann 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 was ist eigentlich der erste teil erschienen ich weiß es gar nicht eher an und gegenstände aufzusammeln und halte eben zu benutzen gedrückt bist du schon leider bildschirm ich habe ja noch die lobby aber ich bin ganz wenig war darauf dass der host das spiel startet naja gut ich muss vielleicht das war ja sonst auch mal so dass ich erst drin sein oder bei raft war das glaube ich immer so dass du schon in game warst da konnte ich erst beitreten rüste dann wie mit m aus aber das bei valheim nicht auch so ich glaube ja auch der server stand vielleicht laufen die server doch dann über server name concord server kann schon sein ja vielleicht ist es wie bei valheim halt dass du wahrscheinlich wirklich ins server starten muss also ich bin noch ein laden wenn gleich inzwischen sequenz beginnt dann zeige ich dir bescheid wenn du müsstest du mal kurz spielen jetzt steht bei mir schauen wir mal okay es läuft das ist beginnt ist zwischen sie jetzt glaube ich höre ein helikopter da hinten sehe ich schon ein wasserfall das lädt bei mir gerade noch okay dann halte ich die klappe jetzt geht es los ich ich ja 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 Ich habe noch eine Runde aufgenommen. Schade, ne? Aber vielleicht war das nur der Absturz. Aber vielleicht war das nur der Absturz. Aber vielleicht war das auch der Absturz. 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 Und jetzt... Das habe ich nicht gesehen. Oh man, Alter. Leute, das habe ich nicht gesehen. Echt? Nee. Interessant. Das habe ich nicht gecheckt. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt irgendwie, muss ich ein Tutorial machen oder so? Jetzt bin ich gespannt, ob es bei dir ruckelt, bei dem jetzt gebuckelt. Okay, bei dir ruckelt gar nichts. Bei mir hat es voll geruckelt. Ne, bei ganz doch, bisschen ruckelt. Ach doch, jetzt genau, an derselben Stelle hat es bei mir geruckelt. Exakt an derselben Stelle, wo er so komisch in die Kamera gekuckt hat. Ich habe Concord schon gelesen. Echt? Da unten ist er. Lol, Moment. Siehst du nicht baumeln? Nee. Boah, ich muss die Empfindlichkeit runterschrauben, mal kurz. Einstellungen. Ja, da passiert nicht mehr viel. Nee, Gameplay, Steuerung wahrscheinlich. M-Maus, Empfindlichkeit. Machen wir mal hier so. Lol. Der ist voll auf dich drauf. 20, 20. Ja, jetzt könnt ihr eigentlich überlebt haben und dann kommt die Tür und der Pump. Da bist du. Hallihallo. Ich glaube, muss ich dir helfen? Ich sehe noch nichts. Wie du einfach über mir stehst. Aua. Ich glaube, mir steht eh zum Aufheben. Nee, mach mal nix. Ich habe gerade eine Zwischenskunst. So. So. Hast du gerade einen Baum gefällt? Nee. Ich stehe nur neben dir. Das hat sich gerade kurz angehört. Wie du da rumzappelst. Haha, geil. Wie so ein Kleinkind. Hallöchen. Lol, das bist gar nicht du. Haha, scheiße. Ich dachte, das bist du. Achso. Dann drücken wir mal E. Okay, dann bring ich mir E. Geh mal weg. Aus meiner Zwischensequenz. Haha, hä. Mal bluten. Wer ist da? Calvin. Ich glaube, die wollten nicht Kevin verwenden. Hahaha. Nimm Gegenstand. Folge mir. Was? Moment. Was? Nimm Gegenstand. Nimm Gegenstand. Ne. Man kann ihm Befehle geben. Lol, was? Was macht er? Man kann ihm Befehle geben. Ich glaube, ich habe gesagt, sammel Stecke oder sowas oder mach Feuer oder so. Bin ich dein Ernst? Doch. Wie hast du? Ah ja. Lol, oh Alter. Okay, das ist schon krass. Also das verlangt schon viel ab, das Game, glaube ich. Lol, der macht ein Feuer. Lol. Easy. Was kann ich ihm noch sagen? Warte. Folge mir. Nimm Gegenstand. Beseitige. Oh, ne. Das will ich nicht machen. Was? Beseitige fünf Meter. Was heißt denn das? Beseitige fünf Meter, habe ich jetzt gesagt. Gehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, ja. Okay, eine Minimap gibt es. Ah, die ist ein bisschen anders. Also das ist schon sehr ähnlich zum ersten Teil, ne. Also mit dem Essen, Schlafen, Trinken, Extra kauen, Lebensbiken, Ausdauerbiken. Schon alles sehr, sehr ähnlich. Ich loop mal. Was soll ich denn jetzt? Was nehme ich jetzt zu mir? Was ist das? Kleiner Schrank. Granate! Ich habe eine Granate gefunden. Hahaha. Nur so anders. Anders wie beim Druckherr. Was? Nein. Jetzt ist mir das Scheiß wiederum. Und kein. Füge der Matte Gegenstand zu öffnen oder zu kombinieren. Okay. Ich sehe eigentlich dem ersten Teil auch, wie die Dinger wieder weg, alle wegkicken hier, wenn du dagegen läufst. Hä? Fragezeichen? Ach, das ist Notfall. Oh nein, was soll ich denn jetzt gegessen? Irgendwas gegessen. Waaah. Peile. Bisschen zusammen. Baue Feuer. Bleib hier. Mach Pause. Bisse beseitige fünf Meter. Achso. Dann hast du SA. Boah. Das ist mega gefährlich, wenn du so die Koffer lootest. Wenn du manchmal Pilze drunter sind, könnte es sein, dass du so ein Pilz frisst auszusehen. Habe ich gerade gemacht. Aber mir ist nichts passiert. Drücken wir in den Zahn. Leuch. Okay. Über die Matte Gegenstand. Ja gut, das kennen wir ja alles. Okay. Meine Walkie Talkie. Leuchtfarbe. Ich habe ihm jetzt mal gesagt, er soll einen Fisch holen und mitkringen. Schau mal. Siehst du, wenn ich... Okay, cool. Siehst du, wenn ich am Boden bin, im Inventar? Das sehe ich, ja. Aber ich sehe jetzt nicht, dass du es ausgebreitet hast. Schade. Weil das ist voll geil. Da kann man das Licht anmachen. Musst du mal machen. Das ist voll geil. Ich mag auch so eine Mappe haben, die ist ja mega fett. Gibt sowas wirklich? Wie das Licht anmachen. Wenn du die Mappe aufmachst, rechts unten sind so zwei Knöpfe. Dann kannst du Farbe einschalten und sogar RGB. Ah, geil. Nice. Du nice. Das ist cool, cool, cool. Okay, ausschalten. Ja, das Messer ausrüsten. Okay. Nice. Äh. Gut, warte, warte. Notfallpaket ist ein was? Notfallpaket öffnen. So, wieso muss ich das öffnen? Ich glaube, ich tue mal die Mausempfindlichkeit ein bisschen nach unten. Ja, das habe ich schon gemacht. Öffnen. Ich mache ein Notfallpaket auf. Ah, ja. Okay. Okay. Da haben wir ein Navi drin oder ein Handy. Ich habe ein GPS. Okay, hinten hast du das. Okay. Ich weiß, ob das GPS jetzt so notwendig gewesen wäre. Man hatte die Minimap. Aber cool ist schon. Aber das ist ein Punkt und das sind überall die Zeichen. Ja. Kann man die Scheiße auch wegpacken? Ah! Das ist ja eine Krähe. Komm schon, bleib da. Warte. Ausrüstung. Oh. Fragezeichen. Ohne Feine zerstückeln. Okay, da kann man blocken und schlagen. Okay, das sollte man nicht essen. Okay. Das ist aber ganz cool gemacht, dass überall dann noch Fragezeichen sind. Dass man noch gar nicht weiß, was das ist. Okay. Interesting. Okay, ein Zelt macht man mit Stöcke und einer Plane. Sehe ich gerade. Ah nein, den wollte ich nicht essen. Nein, nicht essen! Feuerholz. Okay. Seilbrücke. Hey, da hatten wir echt gerade einen Fisch gebracht. Verteidigungsmauer. Das habe ich aber gerade einen rohen Fisch gegessen. Das war vielleicht egal. Okay, wir bauen eine Plane und Holz. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, wo kriegen wir so eine Plane her? Haben wir so eine? Ich mach mal das Luftfahrpaket schon auf. Ja, das habe ich schon gemacht. Wir kriegen dieses scheiß GPS wieder weg. Drücke auf die Ausrüstung und das Luftfahrpaket zu öffnen. Da ist nichts drin. Da habe ich eine Granate drin. Auch nicht schlecht. Rucksack. Guck. Auf dem Handy. Boah, okay. Die Map ist schon ganz schön. Ja, gut. Schauen wir mal, ob die groß ist. Auf dem Handy. Hast du das Handy in der Hand immer noch? Das GPS-Ding? Ne. Ich habe es noch nicht einmal in der Hand gehabt. Achso, okay. Ja, gut. Mach so weit bis dann nämlich. Moduswechsel. Achso, es gibt verschiedene Modi. Ach, da wieder die Steinlager, Felspfad, Stockpfad. Pflanzgefäß. So. Kleintierfalle. Fischräuße. Also man kann jetzt auch Fischfallen machen. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass wir die erste Runde instant sterben werden. Weil wir bis jetzt noch nichts gemacht haben. Okay. Moment mal. Tu es mal weg. Hallo. Weg. Ah shit. Was habe ich jetzt gemacht? Wie tue ich denn das Buch eigentlich wieder weg? Alter, das sind Spinnenweben zwischen den Bäumen. Alter, wie geil. Okay, das B. Mit B kannst du das Buch wieder weg tun. Ah danke. Und das Handy? Das Handy weiß ich nicht. Das habe ich auch noch in der Hand. E-Mail machst du ja das Menü. Vielleicht kannst du hier. Ich weiß es nicht. V? Ne. Vielleicht mit M. Mit M. Mit M. Alles für Map. Ah ja. Okay. Okay. So, da haben wir ein paar kleine Steinchen. Wir haben ein paar Stecker. Ich nehme ein paar Stecker schon mal, weil Stecker braucht man ja immer. Ach so, wenn man drauf bleibt beim Stock. Hä? Was willst denn du jetzt von mir? Wo sind denn meine Stöcke aus? Ist das denn das Stück? Nein. Ah, da ist ein Stecker. Lol. Man muss direkt Feuer machen. Alter, wie? Lol. Wie man Feuer macht? Jetzt habe ich eigentlich schon wieder dieses Handy in der Hand. Ich mache mal einen Sperr. Oh, nice. Hast du schon mal Feuer gemacht? Ne, ich habe jetzt nur einen Sperr. Wo ist denn der Typ, dass wir mal ein paar Stecker bringen? Cudi? Das ist ein Altenblatt noch mal stehen. Oh, nice. Wenn man eine Sperre wirft, sieht man jetzt worin landet. Stöcke und mir geben. Lol, der Digga. Was zum Henker? Das ist geil. Ohne Stöcke und gibt's mir. So. Gibt's mir, Baby. Kann schon, let's go. Okay, hat's verstanden. Glaube ich zumindest, dass er ihn verstanden hat. Okay, ich mache mal Inventory. Lol, nein. Inventory. Ihhh. Also ich habe jetzt mal zwei Fische hier aufs Feuer gelegt. Ich weiß nicht, ob die durchs. Das Problem ist, irgendwie, ich kann Inventory, so lange ich die Stöcke in der Hand habe, kann ich keinen. Okay. Das ist ein bisschen noch, das kapiere ich noch nicht so richtig. Cool, ja. Ich kann zwar Feuer machen, wie hast du den Sp... Ins Inventar und dann musst du die Stöcke, Klebeband... Aber ich kann... Ich kann Inventar nicht öffnen, solange ich diesen Stock in der Hand habe. Okay. Was denn jetzt? Okay, geht nicht. Jetzt macht mal einer irgendwas. Ganz komisch gerade. Knochenmacher volle. Fliegenklatschen volle. Ey, was macht denn einer? Okay, warte, ich baue hier mal was hin. Zack. Aha. Okay. So. Den einen Fisch esse ich jetzt mal. Der Fisch ist fertig. Ich kann gerade irgendwie nichts machen, das hängt bei mir, ey. Ich kapiere es gerade nicht so richtig. Du hast einen Shelter gebaut, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Fisch noch gut war. Hat sich nicht so angehört auf alle Fälle. Ich kann die Stock nicht mehr weglegen. Ich glaube, das ist gerade irgendwie ein Bock bei mir schon. Der ist ein bisschen traurig. What the fuck? Was hat der gemacht? Kannst du I drücken oder so? Nee, ich kann I nicht drücken, ich kann M nicht drücken, ich kann gar nichts drücken. Wir lassen es. Kannst du G drücken? G? Was soll da passieren? Ich glaube, ablegen war das, glaube ich. Nee. Oder? Kannst du gerade Einstellungen, Steuerung. Fallen lassen. Geh. Zerlegen. C? Nee, irgendwie ist gerade ein bisschen buggy bei mir. Das ist jetzt blöd. Guck mal ins Wasser, vielleicht lässt das dann automatisch fallen. Nee. Nee. Doch jetzt, jetzt konnte ich, jetzt bin ich im Ding. Oh, handgefertigt, der Speer. Das ist zweimal kombinieren. Da war die Kanade. Da war ich mit dem Stecker. Oh, wie langsam. Oh, dieses. Oh, lol. Man kann, man kann sich ja umgucken. Nach links und rechts. Richtig. Das habe ich ja noch gar nicht gerafft. Minimieren, was haben wir ins? Oha, okay. Handgefertigter Speer. Du machst du nichts im Wald rein. Schon gemacht oder so. Na, ist noch die Bäume. Sehr schön, sehr schick. So, die Frage ist, jetzt kann man nicht hier wie die Shortkeys machen? Kann ich jetzt hier... Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, also du hast ein Shelter gebaut. Jetzt wird die, jetzt ist die Frage, wo kann man hier wieder Hotkeys machen? Ja, ja, ich war grad... Wie ging denn das beim ersten Teil, weißt du das noch? So mal. Also ich glaube beim Speer steht jetzt eine 1. Wo ist das die Anzahl? Wie hast du das gemacht dann? Nee, das ist die Anzahl, vergiss das. Ähm... Bestimmt irgendwie. Weiß ich noch nicht. Das finden wir schon raus. Ich tu mal einen Baum fällen. Einmal nur, weil ich Bock hab jetzt. Boah, das sieht richtig gut aus. Viel besser, wie beim ersten Teil. Alter, wie geil sieht das denn nicht bitte aus? Krass, ja. Wie viel Mühe ist die, die sich reingeschoben haben. Aber der Baum hält ganz schön viel aus, du. Jetzt. Baum fällt! Oh, das hab ich lange nicht mehr gesagt. Die sind loszlöckchen. Oh, ein Schmetterling auf meine Axt. Oh, wie süß ein Schmetterling ist auf meine Axt. Was? Ein Schmetterling ist auf meine Axt. Oh, wie schön. Oh nein, jetzt fliegt er weg. Lol. Kann man nur einen Baum stoppen? Nee, das ist zwei. Zwei. Okay. Okay. Ah, okay. Ich baue mal den Shelter dort zu Ende, den du hier da hingemacht hast, ne? Okay, ist natürlich auch geil, dass ich diese Mini-Animation eigentlich, dass du so hinlegst. Jaaa, weiß nicht, das ist ein bisschen ungewohnt. Normalerweise hast du mal klack, 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 klack gemacht, ne? Ja, wie viel Holz da rausgekommen ist? Ja, ich habe auch noch einen Baum gefällt. Wie viel hast du da insgesamt gefällt? Einen. Ich habe auch einen gefällt, aber trotzdem für zwei Beugen ist das schon ganz schön viel, finde ich. Weil der holt ja immer noch Stecker da hinten, der Typ, oder? Der hört nicht mehr auf, ja. Entrop, lol. Schmeiß mir so einen Baum weg. Dinger, mir hat es wegschmeißen. Als wäre das so ein Nandball. Aber auch geil, dass man das jetzt einfach auf dem... Hier das stapeln kann. Das ist nice. Warte, Moment, das muss ich auswählen. Kann ich das da auch noch mal drauf tun? Lol. Oh, dass man halt nicht unbedingt dieses Lager braucht, und dass wir vielleicht auch nicht die spawnen. Wie viel kann man denn hier... Nee, ich glaube, du brauchst gerade eine Wand, kann das sein? Haha, ich bin mir gerade nicht sicher. Moment, wenn ich noch... Hä, wenn ich die wegschmeißen, schmeiße die weg wie so eine Handball, alter. Als wäre das so weit wurf. Ah, es ist fettig. Drückst du da G oder E? Drückst du da E oder E? Drückst du da E oder E? E? E. Nee, das kann ich aber irgendwie nicht. Oder ist es doch schon zu viel? Was heißt dieser Pfeil hier? Lol, man, es baut so! Das ist das Bauen! Du hast dann, wenn du da stehst, zu links oder rechts ein Pfeil und dann drückst du halt E und dann baut das in diese Richtung hin. So! Ach, diese Pfeil... Aha! Okay. Entferne ein platziertes Strukturelement, in dem du C gedrückt hast. Und jetzt kann ich so... Naja, jetzt kann ich das wieder nehmen mit C. Lol! Oh mein Gott, die haben sich doch volle Gedanken gemacht. Aber kann man das jetzt auch noch freisetzen? Oder wie schaut das da aus? Weil das ist jetzt natürlich immer hier dieses Viereck-Ding, ne? Ne, guck, ich hab's da jetzt irgendwie geschafft, da... Lol, da kann man auch dickere Mauern bauen. Das stimmt, wenn man es jetzt so hintereinander macht, ne? Aber da kann ich meins jetzt nicht drauflegen, irgendwie. Warum kann ich nur meins nicht drauflegen? Kannst du da deins drauflegen? Wenn du jetzt deins da hin... Also ich könnte meins auch hier oben... Wie hast du das gemacht, daneben legen? Also ich gehe... Siehst du's im Stream? Ich lass das mal so ein bisschen. Also bei mir schaut das so aus. Ach so, aber du legst es... Du legst es halt normal, also das ist halt nicht... Das clippt da nicht ran, oder? Nee. Das mache ich eigentlich mit Rechtsklick. Aber ich tu das dann weg. Ach so, okay. Hä, aber ich kann das jetzt hier auch nicht ran machen... Und jetzt auch nicht mehr hier? Das ist jetzt ganz komisch. Wieso kann ich das nirgends mal mehr ran machen? Danke für den Sticker. Ich habe das gar nicht. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Du möchtest es fallen lassen? Wow, sorry. Sorry. Man kann halt... Das ist sau schwer. Ah! Wenn ich jetzt rechte Maustaste, kann man es... So hinstellen oder quer. Okay. Hallo! Danke für die Stöcker. Das hört gar nicht mehr auf. Ja, so kann man sich so... Aber ist das irgendwie... Wow, was ist das? Das ist ne Frau. Wo? Da. Die hat Angst vor uns, oder? Ich puste mal meinen Speer raus. Nein, ey. Die sind diesmal wenigstens... Rausrüsten. Ah, mein Speer! Bringt mein Speer zurück! Warum hast du die angegriffen? Vielleicht war die ja nett. Bleib mal stehen! Der hatte... Der hatte... Der hatte mehrere Beine. Ich glaube ich, dass er nicht mit war. Hey, aber... Hallo! Was bist du für ein... Weißt du, das ist schon ganz schön, ne? Schon frech. Können ja auch nette Menschen hier sein, oder? Never! Kann ich mich jetzt eigentlich nicht speichern? Man könnte schon mal speichern. So wollen wir mal speichern, sicherheitshalber? Ja. Oder meinst du, das soll man erstmal noch nicht speichern, falls wir neu anfangen müssen? Dann würden wir uns jetzt erstmal nur ein bisschen reinfuchsen. Komm, ne, komm, speichern wir einfach. Scheiß drauf, wir können ja einen neuen Speicher schon machen. So, neuer Spielstand. Let's go! Danke für die Stöcker! Danke, danke, danke! Mein Freund. Lala. Ja. Wie baut man einen Bogen? Inventory. Bogen, Bogen, Bogen. Ich glaube, ich mache das Licht an, jetzt doch sehr praktisch, muss ich... Schau mal, was ist... Frackel. Handgefährte, Bekeule, bräuchte man einen Totenschädel. Handgemachte Bogen, zwei Stöcker, Lebeband und... Das ist... Ist das auch die Harz oder sowas? Oder ist das so... Das muss doch ein Ding sein. Es könnte langsam aufhören zu regnen, das nervt ein bisschen gerade. Aha... Die Frage ist, sollen wir mal ein bisschen die Welt erkunden? Oder wie schaut denn es da aus? Oder... Ja. Oder was? Mhm. Wollen wir vielleicht in der nächsten Folge, jetzt bin ich eh schon bei 28 Minuten. Ich würde so immer 30 bis 45 Minuten machen vielleicht. Ja gut, aber 15 Minuten, dann hätten wir noch Zeit für eine kleine Tour. Okay, wir haben hier ein bisschen rumprobiert. Okay. Ich würde einfach mal, wenn ich jetzt die Map öffne, mein Handy öffne... Da blinkt was. Sollen wir da mal hingehen? Auf einem GPS. Ja, hab ich auch schon gesehen. Gehen wir mal hin, oder? Let's go. Vielleicht hört es ja irgendwann mal auf zu regnen. Leute, hier wird gleich eine Höhle angezeigt. Was hier soll eine Höhle sein? Wo ist hier eine Höhle? Ich seh keine Höhle. LOL, ich bin voll durch ein Spinnenleben gelaufen. Wie viel Spinnenleben hier sind? Die ganzen Stöcker hier, alle wie viele Stöcker da hergibt. Hier ist die Höhle. Die Höhle gefunden. Oh, warte ich noch eine Plane gefunden, glaube ich. LOL. Vielleicht ist das nicht nur ein Tattoo? LOL. Jetzt löffle ich da was aus. Kann ich die Plane? Warum kann ich die Plane nicht einfach in ein Inventar tun? Was soll denn das? Kann man was wegstecken? Ach. Bin mir nicht sicher, ob wir da reingehen sollen. Woah, fuck. Nee. Wie im ersten Teil. Ich habe mich gerade so erschrocken von genau den gleichen Fledermäusen-Geräuschen wie im ersten Teil. Woah. Achso, lol. Das ist die KI, die uns wieder auf Stöcke bringt. Boah, ich muss das Game heller machen, weil es ist doch sehr dunkel. Warte mal, Alter. Ich muss aufhören. Ich bleibe hier, mach Pause. Beseitige fünf Meter. Nein! Das wollte ich nicht. Beseitige fünf Meter irgendwo. Alter, dieser Sturm. Dega. So, lol. Jetzt macht er Bäume. Hör auf damit. Ne, nicht den Baum. Hier. Hör auf. Wenn ein Reh, wenn ich das Reh erwische, ist es nicht One-Hit wahrscheinlich, oder? Boah, ich glaube, ich muss das Game heller machen. Ich sehe das gar nichts. Anzeige. Gamma, ein bisschen. Mach Pause. Es ist ein heller, ich glaube. Achso, da ist die Helligkeit. Nicht Gamma. Gamma, lass ich behalten. Es ist ein heller davon. So. Mal 70 anwenden. Ist es jetzt heller oder dunkler gemacht? Ich bin mir nicht sicher. So, hier. Ach, ah, da. Ach, das geht aber ganz toll. Ach, das habe ich jetzt gemacht. Du hast im Game geredet. Okay, eindeutig. Ah, okay. Also, wenn du, sobald du T drückst, redest du im Game. Sofort. Okay. Leut, ist es jetzt so dunkel geworden, oder was? Es wird Nacht. Komm, lass uns mal. Es ist... Ich glaube, die Stimmung ist schon geil. Also, dieses leichte rote und so. Loll. Wie hast du das angemacht grad? Ist es dein Handy? Nee, Feuerzeug. Ein E-Feuerzeug? Loll. Boah, es ist dunkel, Mann. Oh, okay. Ja, eben. Ich habe die Helligkeit schon voll hochgeschraubt. Bei mir. Fast. Eigentlich so gar nichts. Ich finde das nie wieder. Wo bist denn du? Mir nicht. Wo ist denn unsere Base? Loll, dein Face. Da um... Hier... So, lass uns schlafen. Ja, ich hoffe, dass wir nicht verrecken. Äh... J... Bitte hör auf zu regnen. Oh, nice survivor. Steam-Errungenschaft. Bluah. Nice. Aber es regnet immer noch. Meine Fresse. Kann ich das Reh hier killen? Komm, let's go. Woll grad sagen. Nna- This bleibt dritt stecken. Bleib da. Ich bin gerade am verduschen sehe ich gerade. Kann ich hier irgendwie trinken? Ich bin am verduschen ohne am verhungern. Hättest du das Reh? Wie trinke ich denn? Kann ich dieses Licht mal ausmachen? Da ist mein Reh, kannst du es anschießen? Im Wasser, im Wasser, im Wasser. Hier, da unten. Kannst du mal kommen? Hier, hier, hier. Und im Wasser. Der hat mein Reh. Der hat mein Ding. Mein Speer. Schnell bevor es weg ist. Wo? Da unten, da. Das ist ein anderes Speer. Das ist so dicht hier. Da kannst du nicht einfach mal so schnell den Reh hinterherlaufen. Da hinten ist es. Ich muss mal ganz kurz noch mal Stöcker bauen. aufrüsten, ausrüsten, 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 kombinieren. Ich habe beide Speere abgeluchst. Wohlsam. Ist er tot? Ne, der ist gerade dahinter gelaufen. Oh, was ist denn hier? Ich komme. Schau mal, was hier schon gebaut worden ist. Ist das nicht schön? Ach, das kenne ich ja irgendwoher. Ich sage Elektro-Schocker Collected. Lois. Nice. Oh mein Gott. Ah. Lois. Wow, wow, wow. Das macht Schaden. Ja, weil du im Wasser vielleicht... Ich weiß keine Ahnung. Ich trinke mal. Naja, das ist halt keinmal so eine Dove. Komm, scheiß drauf. Oh, es scheint ein cleanes Wasser zu sein. Wollte gerade sagen, ja. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Da ist das Reh. Ne, das ist gar nicht das Reh, oder? Ja, okay, so clear ist das Wasser vielleicht doch nicht. Geil. Scheiße, wo ist denn das Reh mit meinem Speer hin? Wart mal kurz. Wie schaut es eigentlich mit dem Fisch hier aus? Rohrfisch. Genau, vielleicht erst mal kochen, essen, irgendwie sowas in der Richtung. Ich schau mal, ob da irgendwo... Geh mal kurz zurück. Also der Typ bringt auch echt gut Fisch, ja? Wo ist denn das Feuer? Feuer, da ist Feuer. Ah, nette Animation zum Anmachen. Ja, das stimmt. Das ist ein Märchen. Wo ist denn das Fisch? Na, was? Wo ist die Fisch? Die zwischen geprägt Geld. Ich denke, schon mal Bock auf ein Reh, auf ein köstliches Fisch. Also da sind zwei... Ich weiß aber nicht, wann die fertig sind. Ich schau mal ein bisschen zu. Ups. Ich habe vielleicht ein Eichhörnchen hier getasert. Ich esse den Fisch einfach mal ein Scheiß drauf. Auch in der Ruhe ist. Du hast Hunger. Inventory. Da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Hä, was ist denn das? Ich hatte meinen Rucksack in der Hand. Was ist denn das? Leute, hä, das habe ich... Das war einmal komisch jetzt. Das ist was lustig. Nicht essen. Ich will nicht rohes Fleisch. Oder war das? Kann ich einfach ans Feuer gehen und... Wenn du den fischlich isst, dann hättest du den Fisch halt. Benutzen. Ist der noch oder ist der schon... Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Mein Fisch ist jetzt auf dem Ding. Geh schließen. Das ist doch kein Fisch, oder? Ne, das ist Eichhörnchenbraten. Eichhörnchenbraten. Ja. Woran sehe ich denn das jetzt? Dieser scheiß Baumstamm, der rollt da immer näher. Woran sehe ich denn das jetzt? Oh, der Schocker ist praktisch. Ja, sterb, sterb. Nice, du hast Reh. Da gab es doch immer... Wie kindet man sich hier eigentlich hin? Achso. Man konnte doch immer erkennen, ob es... Nein, ich will es nicht essen. Ah, jetzt. Schöne Animation. Das Essen. Jawohl, das hat was gebracht. Das hat was gebracht. Hä, Leute, was macht denn der jetzt? Der chillt am Feuer. Sag mal, geht es noch oder was? Hast du nichts zu tun? Erstmal den Elektrofocker auspacken. Baue... Ah, aber der hat Batterie, glaube ich. Mach Pause. Ja, komm. Mach Pause. Ach, guck mal, wie er sich freut. Lol, der hat richtig gelächelt. Äh, da ist wieder die Frau. Aber ich würde mal gar nicht aggressiv sein. Ich mag das jetzt echt mal ausprobieren. Ich nehme nur mal meine Axt. Ist ja gar nicht nackt. Das ist ja voll. Ich nehme mal zwar nur meine Axt in die Hand. Aber die rennt automatisch weg, oder? Alle, wie die springen? Moment. Oh. Die kommt zurück. Hallo, meine F... Hallo, meine Hübsche. Lol, die hat zwei Arme und zwei Beine. Egal, wie schnell ist denn die? Die hat einen geilen Arsch. Bleib da. Habe ich mir gerne von Nahen angucken. Das war ein Haas. Glaube ich jetzt gar nicht mehr so richtig hinterher zu rennen. Ja, ist voll der Weg. Boah, Leute. Die ist voll der mir vorbeugert. Und zurück. Der voll der Weg. Alter, ich schaue schon richtig geil aus. Gibt es kein Haas mehr? Ich komme immer wieder zurück. Ich meine Hübsche. Ja. Ich tue dir nichts. Oh, Flash. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Waffe wegstecke, ob man dann... Scheiß auf. Kommen wir dazu hier. Die 4 Ladung. Wie schaue ich eigentlich aus? Bin ich der gleiche Typ wie du? Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie ich auch schaue. Schauen wir mal kurz in den Stream. Ist ein alter Herr mit Brille. Einen Moment. Bei mir... Wie schaue ich denn aus? Ne, du hast wenigstens... Weißt du, wie ich aussehe? Ah, so kann ich's dir geben. Weißt du, wie ich aussehe? Ich finde, ich sehe ein bisschen so aus wie der Typ von Marvel. Der Erfinder von Marvel. Wie heißt denn der? Stimmt. Der Lee. Wie heißt der? Stan Lee. Stan Lee, genau. So schaue ich aus. Ohne Shit. Stimmt. Hm. Geh mal da ran. Also ich kann jetzt auch... Bei dir E drücken und könnte dir einfach direkt Sachen in den Inventar hauen, oder was? Ja. Lass mich zum Ausdruck machen, damit ich seh's. Bleib mal stehen, ich mag das auch mal ausprobieren. E? Ah ja, und da kannst du auch direkt von da rausnehmen, oder was? Nee, warte, wenn ich jetzt auch E drücke? Achso. Das schaut mir so gut. Aber ich hab zwei Dinge, also ich hab da eins gesehen. Ja, ja, ich hab da uns auch gesehen, aber... Unsere Wand da einfach so ein bisschen rumrumrum. Komm, jetzt können wir eigentlich mal ein Speer nehmen und mal... Also jetzt hab ich... Ich bin eigentlich ganz gut aus eigentlich. Muss ich zu ihm. Hast du noch was drauf gehauen? Ich werde jetzt was drauf haben. Zack. Traust du an, oder was? Ja, ein bisschen was vielleicht. Dann hol ich mal was drauf. Jo. So, da war es nochmal kurz. Ich glaube, auf die Steuerung tue ich, dass ich mit C mich ducken kann. Das mach ich schnell mal. Weil das nervt ein bisschen. Steuerung. Hocken. Das ist eine sehr gute Idee. Hocken an, aus. An. Also dauerhaft hocken heißt das, oder? Ja, genau. Genau, und Tastenbelegung. Inventar springen, Feuer machen, nachladen, Rennen nehmen, zerlegen. Ah, GPS, walkie-talkie, Buch nach rechts, nach links, Primär, Secondary, Interagieren. Hallo? Brauchst du denn dauerhaftes Hocken? Speichern eh. Schlafen müssen. Verspringen, Hocken, Bellen. Sollen wir die jetzt bescheuert, oder was? Platzieren? Hä, platzieren ist C? Oh, und nicht, dass es dann Probleme beim Bauen gibt. Ja, ja, das stimmt natürlich. Hocken an, aus. Ich erst mal das Fleisch. Ach doch, da ist Hocken, ja. Erst mal ist Fleisch, weil das ist fertig, nicht das Verbrannt. Ja. Bin da. Das ist, glaube ich, schon verbrannt, oder? Nee, musst du noch gehen. Noch war schon am Brand. Scheiße. Mach doch, mich aber nicht. Ah, zurücksetzt, also. Ah, zurücksetzt auf Standards. Also, ich habe jetzt auf C. Genau, und Hockenbleiben, ja, das habe ich mal gemacht. Ich schaue mal, wo ist denn Hockenbleiben? Wo ist bei dir Hockenbleiben? Das ist ganz hohen. Einstellungen? Ah, Hockenbleiben. An, aus, ah, ja. Gameblame und Hocken, ja, genau. Sprint an, aus. Ah, das ist natürlich... Okay, lass uns mal, weil wir wissen ja, wo es ist. Da ist ja ein Helikopterzeichen sogar. Lass uns mal zu dem Punkt gehen. Ich mag das jetzt wissen. Ja, warte mal, ich mache auch mal Rennen an, aus. Das ist auch ganz weiss eigentlich. Nee, da bleibe ich drauf sogar vielleicht. Ist da noch überall Kisten? Oh, Leute, was? Ach, das ist ein Fragezeichen, aber das sind 100 pro Blaubeeren, die kann man essen. Safe. Und da sind auch noch über so lila Dinge, ne? Drei Stück. Das wäre interessant, was das auch noch ist. Es gibt verschiedene Animationen, wie man die Blaubeeren lässt. Das ist ja cool. Oh, das auch nicht. Einschnippst. Haha, geil. C4 Ladung einfach mal, Leiterplatte. Hier ist noch eine Kiste. Nee, das cool ist, dass wir beide alles aufsammeln können. Hinter dir ist eine Frau, ne? Achso. Die, 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 oh mein Gott, ich wollte gerade sagen. Okay, krass gut. Und weg. Also die sind krass aggressiv, ne? Also ich möchte, ich weiß nicht, ob man die... Ja, noch klar, logisch, dass die irgendwann mal... Aber da ist die Frage, Soll man die jetzt überhaupt angreifen? Soll man die jetzt... Nee. Ich würde es jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, solange es uns so nicht angreift. Nö, ich würde es auch nicht machen. Nicht, dass man da irgendwas los treten. Nicht, dass ihr Mann mit seiner Verwandtschaft kommt. Ich bin erstmal einfach so... Da gibt es ja richtig eine Story dann anscheinend jetzt, oder? Ja, also wenn da so etwas ein Punkt ist. Ja, dann kannst du das. Weitenröschen collected. Wo kommt, nehmen wir mit. Ah, ich habe es gegessen. Man darf nur einmal kurz drauf auf E. Wenn man länger drauf bleibt, isst man es immer. Ich habe auch vorher ein rohes Fleisch gegessen. Aber auch, ist nicht so gut. Leute, ich sehe auf meine... Also rechts, also nicht auf dem Handy, aber rechts auf der Minimap sehe ich genau dein Weg. Also ich sehe jetzt den Weg, wie ich zu dir komme. Ich sehe den roten Punkt. Also den rot zu rot. Geil. Mit Essen soll das nice. Aloe Vera nice. Das ist richtig viel. Oh, ja. Schachtelhalm collected. Neue Anleitung. Aloe Vera ist immer wichtig. Kräuterzeitlinge. Ja, die sind gut. Die sind gut. Was ist das? Schachtelhalm. Ich finde es ein bisschen komisch, dass, wenn ich E drücke und es einsammle. Ist ja immer noch das Fragezeichen. Aber bei mir links steht ja die ganze Aloe Vera sammeln. Also weiß ich ja, dass es Aloe Vera ist. Will ich kein Ruf. Schach. Okay. So, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Wo bist du denn da bist du? Kommst du? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin ganz zu zeugend, du dir mal fremd. Schau. Vielleicht mache ich auch die erste Folge so eine Stundenfolge vielleicht. Keine Ahnung. Wollte gerade sagen, vielleicht die erste kann ruhig länger sein. Oh, okay. Okay, da haben es anscheinend. Zeltplatz. Sehr schön. Trinkt du mal das Handy weg kurz. Energieriegel. Sehr gut. Ja, das ist ganz nice. Das stimmt. Der Koffer ist schon leer. Reuchtfackel. Können wir wieder einen Topf nehmen oder so? Ne, schade. Neue Anleitungen. Oh, Alter. Wie viel Zeug hier. Wie Zeug ich hier habe. Ich bin müde, ne? Der Hauptweiser Wodkaflaschen. Was haben die im Flugzeug getrieben? Was hatten die vor? Druckerharz. Druckerharz? Was macht man Druckerharz? Wart mal, wenn ich das jetzt... Druckerharz? So, das kann ich gar nicht kombinieren. Okay. Druckerharz? Kann man 3D-Drucker oder was? Ähm. In den Augen. Ah ja. Tech-Rüstung. Zeitbombe? Aha. Okay, Lund. Ach, das ist so gesagt, das Schnellzugriff. Jetzt kapiere ich's. Monatens-Cocktail. Wie Schnellzugriff? Vielleicht gibt's da kein 1, 2, 3, weil wenn du i gedrückt hältst, dann nimmt er den Rucksack... Moment. Hier hat sich nicht nett angehört. Äh, das ist der Typ. Das ist der Typ, der uns verfolgt. Ne, da, da. Bäh, bäh, was ist das? Ihh, das krabbelt da voll. In der Herr! Ja, ich weiß nicht. Oh, was ist das hier? Hallo? Er kommt zurück. Er ist viel, kommt zurück. Hm, okay. Ne, was ich sagen wollte, wenn du i drauf bleibst, dann nimmt er nur den Rucksack so in die Hand und dann kannst du es schnell benutzen. Also dann kannst du halt ganz schnell diese Sachen benutzen. Oh, ha, okay. Ja, aber... Statt, weißt du, statt bevor du es am Boden ausbreitest. Da ist der Viech wieder! Zwei Stück sogar. Ist nicht gut. Der kommt hierher. Sollen wir echt nicht angreifen? Oh, lol, was steht denn da? Ist das ein Mesting oder was? Ja, das war irgendwie ein komisches Mesting. Aber ich konnte nichts nehmen. Komm, komm, machen. Ich gucke mal die Person da an. Oh, lol, ist er tot? Nee, ist er nicht. Der ist da runtergefallen. Geht ganz schön tief da runter. Lol! Was ist das? Das war ein Mögen oder sowas? Lol, so? Hast du das auch gesehen? So richtiger Tiefflug und so. Was ne Fache? Das ist so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denken wir, okay. Okay, ich würde mal weitergehen, oder? Also wir greifen wirklich nicht an, bis die angreifen, oder? Haben wir gesagt. Machen wir es so, ja. Auch wenn sie immer nur so gucken, da verteidigen wir bloß, bis die einmal uns anspringen, dann können wir nochmal ne Wodkaflasche. Hatten die hier ne Party vor? Oh, hier ist ein Karton. Energierigel, ne Uhr, okay. Was soll das? Kann ich den Shit? Das ist hier alles? Ist das mal schnell zu... Wow, what the fuck? Was? Oh shit. Der da war unterm Laubhaufen irgendwie. Lol, die verstecken sich ein bisschen. Greift der an? Hat der dich angesprungen? Nee. Ich stehe direkt vor dem, aber der greift mich nicht an. Boah, hat der mich... Oh, da ist noch einer. Hat er ganz schön viele sogar. Machen wir noch mal das Handy auf? Also wir müssten genau hierher, irgendwie eigentlich. Irgendwo hier müsste man hin. Laut GPS. Bisschen ungenau die Map irgendwie, ne? Irgendwie. Man kann mit... Wenn du auf dem Mausrad er drauf drückst. Dann kannst du's drücken. Drauf drücken? Ah lol. Ich habe immer gedreht. Ah ja, das ist natürlich... Ist das ein Auto da? Praktisch. Sie weiß wie ein Auto. Ach so, darum zwei blaue Dinger, weil die KI auch angezeigt wird. Jetzt verstehe ich das. Als ob hier ein Golf-Kar ist. Hallo. Wo kommt das hier her? Das frage ich mich auch. Und hier ist eine Höhle. Müssen wir hier rein? Oh, kann ich hier was nennen? Oh, ich glaube in die Höhle müssen wir, oder? Ist das ein Punkt? So. Ja. Tutu. Sollen wir sowas gleich machen? Nächste Runde? Äh, nächste Folge... Also... Nächste Folge direkt... Höhle? Bock? Oder soll man noch ein bisschen die Soh hier erkunden? Ähm, warte mal. Schau mal kurz auf die Map. Du bist müde, Bauern, Unterschlupf... ...mit einer Blane. Das muss ich mal machen, fast. Kann man so ein Quick-Ding machen? Wenn wir nicht jetzt hier so... Und das dann einfach... Wow! Scheiße! Oh, Alter, Digga! Wie im alten Forest. Alter, hat mich erschrocken gerade. Shit! Jetzt müssen wir aber was aufreden. Das ist ja schon klar. Oh, Alter, voll geruckelt gerade bei mir. Bei dir? Wegen der Blutanimationen oder was? Hä? Der pflückt keinen Körperteil! Doch, bei mir voll. Man, das schaut richtig grausiger. Viel schlimmer wie im ersten Teil. No. Raw Beine collected. Geil Übersetzung. Der Sound ist ein bisschen komisch, weil du stehst rechts von mir, haxst und ich höre die Geräusche links von mir. Das ist ein bisschen buggy, der Sound. Weil er wieder das Blut rausspritzt. Wo ist der Kopf? Ich weiß nicht. Hast du den Kopf gesammelt? Ne, ich habe den Kopf nicht gesammelt. Also, ich habe definitiv nicht. Also, ne, der hat angegriffen. Wir konnten... Wir haben uns nur verteidigt. Wir konnten nichts dafür. Da oben ist die Plane. Wie baut man denn jetzt eigentlich? Genau, ich wollte gerade gucken, wie man baut. Mit B konnte man noch bauen. Und wie kann ich das jetzt... X-Modus wechseln. Modus wechseln? Ah! Oh, das ist 1. Das ist ja genau... Allein Unterkünfte. Allein die kleine Blockhütte. Allein die kleine Blockhütte. 75. Das ist so heftig. Anbau. Jetzt ist aber... Anbau Beobachtungsturm. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil... Wo ist denn jetzt diese mit der Plane? Wenn du nochmal X drückst. Ich gucke mal... Mal allgemein gucken, was man da so bauen kann. Also, das ist ja alles sehr, sehr gleich und sehr, sehr ähnlich zum ersten Teil bis jetzt. Bett aus Stöck. Regal, der Weg. Stockpfad, das ist neu. Früher gab es nur Steinpfad, glaube ich, oder? Ja. Vogelscheuche, ist auch nice. Vogelhaus. Pflanzengefäß. Trockengestell. Kleintierfalle. Fliegenklatschefalle. Was? Was zum Henker? Fliegenklatschefalle. Okay, ist jetzt nicht so viel bis jetzt, aber vielleicht kommt da noch was dazu, oder? Also, das ist eigentlich schon ziemlich exakt das Gleiche, nur dass man jetzt einen Stockpfad bauen kann. So kommt das andere irgendwie so. Ja, also ich hoffe schon, dass es noch ein bisschen mehr kommt. Ach so, das Moduswechseln, das ist jetzt theoretisch. Ach so. Es gibt jetzt die Option, dass man so gesagt per Baubuch das hinstellt und dann baut. Man kann frei bauen, so wie wir gemacht haben. Ne? Ja. Und das andere Buch, zum Beispiel dem Zelt, das sagt mir jetzt, wie ich das bauen muss. Das heißt, ich muss jetzt die Plane in die Hand nehmen und das nach Plan bauen. Ah, ja. Also ich kann da ja nicht sagen, hier Plane hin und dann einfach einfügen, sondern ich muss jetzt ins Inventory. Muss ich die Plane nehmen, auf den Boden legen, oder? Die Plane ausrüsten. Genau, hier auf den Boden legen. Ich breite die aus. Das ist ein bisschen ruckelig, muss ich sagen. Genau, und jetzt muss ich Stöcker nehmen. Oh mein Gott, lol, ich muss das richtig... Okay, links erst hoch machen. Ach du Scheiße. Dann hier rechts hier hoch machen. Das ist voll animiert alles, wie das bauen. Und das ist jetzt mal ein Schmeine... Moment, jetzt muss ich nochmal ins Büchlein gucken. Ach ja, genau, das ist es da. Das kann man hier speichern und schlafen. Ah ja, genau. Dann würde ich mal speichern kurz. Ich glaube, ich habe vorhin keine Folie gefunden. Den speichern. Und dann würde ich aber auch direkt sagen, dass es für die erste Folge war auf YouTube zumindest. Ja, Stream geht natürlich weiter. Die zweite Folge wird vielleicht... Oder warte, wie spät ist denn? Weil wir haben heute relativ spät angefangen, ehrlich gesagt. Leider, ja. Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, dass ihr das... Man muss dann... Müssen wir mal gucken. Weil... Ich würde jetzt die Folge erstmal beenden auf YouTube. Damit danke ich mich schon mal fürs Zugucken auf YouTube. Hoffe natürlich, ihr bleibt dabei. Weil ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Und... Ja, ich hoffe, ihr wollt mit uns Son of the Forest erleben. Und erkunden. Und erforschen. Hätte ich voll Bock. Und freue mich. Ja. Dann bedanke ich euch zu schauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Jo. Ciao, ciao.